Hallo liebe Dortmund-Fans, mein Name ist Miguel Schmeling. Hi Dortmund-Fans, ich bin Franz Pfanner. Und wir wollen mit der Borussia ganz nach oben. So, machen wir uns mal auf den Weg nach oben, ne? Nach ganz oben. Wir wollen ganz hoch. Aber wir haben jetzt noch richtig viel Zeit zusammen in der Grunde. Ach du Scheiße. Na gut, Franz, erzähl doch mal erst mal generell was über dich. 25 Jahre. 25 Jahre? Ja, kommen aus Rödinghausen, falls du schon mal gehört hast. Ja, war auch deine letzte Station, richtig? Das ist meine letzte Station gewesen, genau. Und wir waren tatsächlich auch Meister geworden letztes Jahr. Allerdings sind wir nicht aufgestiegen. Das habe ich gehört, so ganz nebenbei. Scheiße gelaufen, sag ich doch immer, ne? Aber in Rödinghausen hast du ja auch einen alten Bekannten, der jetzt auch in Dortmund ist. Und auch, dass Dortmund nicht das Trikot, aber das Trainertrikot trägt. Ja. Und was kannst du so über unseren neuen Trainer sagen? Deinen alten, meinen neuen? Meinen alten, dein neuer, ja. Entspannter Typ, ne? Entspannter Typ? Ja, nein. Du hast ihn ja jetzt auch schon ein bisschen kennengelernt. Das stimmt, aber die Fans noch nicht. Ja, das stimmt. Junger Kerl, junger Typ, sehr entspannt, sehr nah an der Mannschaft. Ja. Mir ist es sehr wichtig, dass ein gutes Klima in der Mannschaft herrscht. Das heißt auch so, die Auswechser, die sollen, ja genau, gutes Klima, genau das meine ich. Ja, wir lachen unter. Wir sollen Spaß auf der Arbeit haben. Das stimmt. Mit Freude und mit dem Strahlen zum Training kommen, da liegt ja echt viel Wert drauf. Also das Team steht im Vordergrund. Das Team steht im Vordergrund. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr wichtig, um Erfolg zu haben. War es bei uns in Rödinghausen. Ja. Wir haben ein brutales Team und haben halt alles weggebombt, ne? Wie schätzt du die Mannschaft dieses Jahr ein? Können wir mit Rödinghausen vom letzten Jahr mithalten? Auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, in einer so qualitativ guten Mannschaft habe ich noch nie gespielt. Ja. Klar, viele junge Spieler, aber es sind auch in der U23, da ist es ja üblich, dass da viele junge Spieler sind. Ja, ich glaube, das Wichtige ist halt Woche für Woche die Qualität, die jeder ohne Frage hat, auf den Platz zu bringen. Wenn wir das schaffen, traue ich uns eine sehr, sehr, sehr gute Rolle in der Regionalliga zu. Also wenn ich an die Liga höher komme, habe ich nicht so viel Erfahrung mit der Regionalliga, da hast du natürlich schon viel mehr gesammelt. Ja klar, du mit deinen 200 Drittligaspielen in 20 Jahren. Ja, die habe ich noch nicht. Ja gut, aber ich kann dir ein bisschen was erzählen über die Regionalliga. Ein paar Spiele habe ich da schon gemacht. Ja. Wie geht es da ab? Wie ist der Fußball? Sehr männlich? Auf jeden Fall. Es ist nicht mehr U19. Das heißt, es wird mir auch irrenlicht dazwischen gekloppt. Da fährt man halt mal nach Wegbeck. Da gibt es halt mal so richtig einen auf dem Knochen. Da musst du wieder aufstehen, lächelst den an und zehn Minuten später nickst du vorne an ein oder spießt eine Flanke auf den Zegers oder auf mich. Auf Franz Pfanne, ja. Und dann nick ich den ein, ne? Das ist sehr unwahrscheinlich, dass du immer vorne im 16er rumlaufen wirst. Das stimmt auch wieder. Er ist eher der hinten, der mal eher einen Elfmeter verursacht, als vorne ein Tor schießt. Ich sag mal so. 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 Die Fans gewinnt Meisterschaften. Das stimmt. Ja. So. Ne, also. Die Fans oder? Die Fans? Die Fans von BVB. Die Fans von BVB. Ich hoffe, dass wir die bald auf der Roten Erde begrüßen dürfen. Das hoffe ich auch. Wäre schon geil. Ich glaube, Rote Erde mit Fans im Sieg. Da kann man bestimmt gut feiern danach. Also. Ne? Ja. Feiern wird erst ganz am Ende, wenn wir das große Ziel erreicht haben, hoffentlich. Aber man muss auch die kleinen Dinge feiern, ne? Das stimmt. Ne, aber nochmal zurück zur Regionalliga. Ich glaube, ist schon eine geile Liga so. Du hast viele coole Mannschaften. Manche versuchen auch schon seit Ewigkeiten aufzusteigen, wie Rotweiß Essen zum Beispiel. Die kriegen es nicht hin. Ja. Aber du hast auch eine andere Mannschaft mit Oberhausen, Aachen. Das sind ja Traditionsvereine. Da macht es einfach Bock gegen die zu spielen. Und die Aufgabe ist halt einfach, sich jede Woche, egal was da für ein Gegner vor einem steht, muss man sich immer neu motivieren. Und das entscheiden halt einfach Kleinigkeiten so, ne? Jetzt auch nochmal eine Sache als gebürtiger Bautzner. Ah ja. Und Rödinghausen sind jetzt auch nicht so die Großstadtmetropole, würde ich mal sagen. Wie hast du dich denn jetzt im Pott hier so eingelebt? Weil ich als 20 Jahre alter Ruhrpott-Sohn, würde ich mal sagen, ich habe hier schon ein bisschen mehr erlebt als du. Das kann man wohl so sagen. Wie kommst du klar? Meine Frau und unser Sohn, wir haben jetzt seit drei Wochen eine Wohnung, sind seit dem gefühlt auch nur am Einrichten. Also hast du noch gar nicht viel gesehen? Deshalb habe ich nur den Phönixsee gesehen, zum Spazieren und halt das Trainingskalender, weil man da ja gefühlt den ganzen Tag auch ist. Ja. Ansonsten habe ich hier leider noch nicht so viel sehen können. Aber ich glaube, du kannst mir da vielleicht ein paar Tipps geben, oder? Ich kenne den Ruhrpott, glaube ich, ein bisschen besser als du. Also ich muss ja sagen. Also nicht nur die Kneipen. Nein, nein, die Kneipen, da war ich generell noch nie. Aber hier, ich muss ehrlich sagen, viele Zubezogene, jetzt auch im letzten Jahr aus Duisburg, haben viele Probleme mit dem Ruhrpott, weil hier wird halt frei nach Schnauze geplappert. Ich merke das ja bei dir. Du kennst mich jetzt auch schon seit knapp drei Wochen, ich labere wirklich sehr viel und auch sehr viel Kacke. Ja. Aber die Leute im Ruhrpott sind immer ehrlich, das kann ich dir sagen. Ja, du als Ruhrpotter, wie bist du eigentlich so? Ruhrpottler, da bestehen wir Ruhrpottler drauf. Entschuldigung. Okay, auch du machst viel. Wie hast du denn deine Liebe zu Dortmund gefunden? Ach, das fing schon ganz, ganz, ganz früh an. Auch als Gelsenkirchen-Geborener, in Gelsenkirchen geborener war ich immer so... Darf man das hier so laut sagen? Ja. Weißt du, Herne Oster hast du? Oder Herne West? Irgendwie so, ja. Nee, kann man ruhig so sagen, nee, Papa war früher wirklich Borussia. Durch und durch und so hat sich das dann halt in mich reingeackert. Keine Ahnung, kann ich gar nicht richtig in Worte passen auf jeden Fall, weil die Liebe zu Borussia Dortmund schon seit klein auf da. Und hab auch schon viele Spiele live im Stadion mitverfolgt. Was war denn dein geilstes Erlebnis im Stadion? Ein geilstes Erlebnis. Ich muss sagen, das kann ich jetzt... Okay, wahrscheinlich viele. Nee, also ich muss sagen, das Champions-League-Finale, auch wenn es eine Niederlage war, war schon ganz besonders gegen Bayern. Also generell die ganze Aufmachung eines Champions-League-Finale. Zwei deutsche Teams leben man nicht tagtäglich. Auch, glaube ich, so ein Tag für den deutschen Fußball, der da echt besonders war. Und dann halt so, ich glaube, die Derbysiege. Wir sind natürlich immer überragend. Ja, sowas bleibt dann halt in Erinnerung. Und ich hoffe, dass wir halt auch jetzt im kleinen Derby, der U23, dass wir da die Blau-Weißen auch mal kurz vom Platz legen und zeigen, wer hier der King im Pott ist. Ja, ich glaube, wir haben da auch noch was Guts machen vom letzten Jahr. Das ist dann da Rechnung offen. Das stimmt. Ob dritte Liga oder vierte Liga, das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Ist, glaube ich, im Pott einfach so, dass Fans mit Jubeln, wenn du den Ball ins Ausgrätscht, den Gegner auch noch die Hacke aufreißt. Das habe ich auch bei dem ein oder anderen im Training gesehen, im Trainingsspiel. Bei wem jetzt? Boah, bei Krebs zum Beispiel. Krebs? Weiß noch, weißt du, den einer weggetacklet hat und auf einmal schreit da rum? Ja, das ist der Wuppert. Ja. Ich glaube. Das ist geil, oder? Ja. So macht Fußball Spaß. Auf jeden Fall. Ich glaube, den einen oder anderen Gegner wirst du, Franz, auch in der Pfanne braten. Hahaha. Was ein Wortwitz. Haben wir alle mal gelacht jetzt, ne? Jetzt haben wir auch den Wortwitz für das Jahr durch. So, Franz, da sind wir, ne? Ja. Hoffen wir mal, dass wir am Ende der Saison auch ganz oben stehen. So. Dahinter.